Ich bin sauer, okay? Ich bin sauer. Ich bin sauer, Alter. Ich bin sauer. Wisst ihr, was passiert ist? Wisst ihr, was passiert ist? Wie soll ich ein Video aufnehmen? Wie? Wie soll ich die Maus bedienen jetzt? Wie? Na, komm, ja. Ich versuch jetzt irgendwie. Auf jeden Fall, ich kann die Maus nicht mal halten. Oder? Wie soll ich das machen? Okay, klar, da sind wir auf Paulberger RP. Ist ja auch von Standardskill, muss ich gar nicht erwähnen. Warum fährst du mich um, du Kakerlake? Ja, aber außer Sehen, was soll ich sagen? Ach so, ja, okay, okay. Dann kein Problem. Dann verstehe ich es natürlich. Hey, dein Auto qualmt. Ja, ist nicht meins. Ach so, ja, okay. Dann ist ja auch egal, okay. Ja, das ist halt, ja, Paulberger RP. Bester Server, iCramix und Standardskill. Er zeigt Stinkefinger. Da muss ich wohl... Hey, die gab's so dumm. Er hat's verdient. Er hat Stinkefinger gezeigt. Ja, guck, jetzt wollte er noch ein Auto klauen. Man muss immer den richtigen Leuten nur die Sachen klauen. Dann ist es okay. Was geht beim PD eigentlich? Da sind bestimmt wieder drei Millionen Bewerber. Digga, schon wieder was ist los mit den Menschen? Alles NPCs hier. Äh, die Officer. Kann man sich hier bewerben, oder was? Kommt, du meinst ganz gut. Der Herr? Ja. Kurz mal unter uns. Ja. Nein. Ja. Auf jeden Fall, da ist gerade der Typ vorbeigelaufen, dem ich sein Bike geklaut hab. Warum hat der sich nicht gerechnet? Warum wollen die Leute immer die Fahrradfahrer umfahren, Digga? Was hab ich euch getan? Ja, okay. Ich weiß, was ich euch getan hab, aber... Wem ist, brauchst du ein Taxi? Brauchst du nicht? Okay. Fiss euch. Was für... Scheiße, alter Mensch. Da kommt der VDM-Kill hier aus ihm raus. Ja. Nein. Digga, was ist mit dem? Ach, hier kommt der nicht hoch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ey, wir geben dir Auto. Wir geben dir Auto. Ich bleib auf meinem Fahrrad, alles gut. Ich dachte, die wollten mich umfahren, Digga. Die wollten mir Auto anbieten, korrekt. Auf jeden Fall, ähm... Hä, was ist das an der Wand? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, Sachen wie was mit dem Arm passiert ist, oder allgemein so Sachen wie mein Privatleben. Erster Link in der Beschreibung, mein Instagram. Wer reinfolgt, ist ein Alpha, okay? Ist ein Alpha. Wer nicht reinfolgt, ist ein... Naja, Beta. Okay, vielleicht wäre ein Auto doch nicht so verkehrt, Alter. Ich brauche deins. Problem ist, ich kann die Maus nur... Ich kann die Maus nur so bewegen, aber ich kann sie nicht so gut drücken und so. Ja, will mich hier schlagen. Ich habe gerade mal im Instagram gefragt, wie ich jetzt aufnehme, so leidend ich mit diesem Arm hier. Guck mal, was der eine geschrieben hat schon direkt. Also, ihr seid echt, also... Danke für den Tipp, also... Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie ich ein Video aufnehmen kann. Danke. Ich fahre mal ein bisschen hier rum jetzt. Hallo? Ja? Äh, ich habe eine Frage. Ja? Wo gehen Sie gerade hin? Ich fahre hier rum einfach. Okay, sind Sie in einer Funktion? Nee. Okay. Guck, ich wusste es. Bei Gott, ich wusste... Ey, hör auf, ey, bitte. Nimm das Fahrrad, aber tote mich nicht. Hör auf, bitte. Nimm das Fahrrad. Ja, würde ich mich auch ausloggen. Keiner legt sich mit mir an. Diese kleinen Kinder, die denken auch, die können mich verarschen. Ich brauche eine Behandlung, aber ich darf mein Fahrrad nicht verlieren. Ich muss mein Fahrrad verstecken. Ich verstecke es kurz. Ja, was ist denn hier los? Na geil, die Gehe. Nicht mal ein Medic hier. Was für ein beschissenes, verriegtes Medic. Das hat kein Mediziner. Medik, Medik. Ach, hier werde ich keine Behandlung kriegen, Digga. Und ich habe ein neues Fahrrad. Ist egal. Stinke Finger. Yeah. Stinke Finger. Yeah. Der Huf. Ich brauche mal wieder ein bisschen Munition. Vielleicht finden wir einen korrupten Cop bei der Polizei. Polizei. Kannst du mir mal ein bisschen Munition andrehen? Nein, sorry. Darf ich nicht. Komm schon, keiner sieht das, Mann. Aber das darfst du nicht ins Video machen, sonst hätt ich nicht. Ja, okay. Nein, nein, mach ich nicht. Cut, man kann man nicht. Natürlich sind wir so ehrenhaft und stellen das nicht ins Video. Mein Gott. Ich wurde gefreezt. Ich glaube, ein Artman ist bei mir. Der Artman denkt auch, der kann mich auseinandernehmen. Ich habe mein Spiel kurz geschlossen und jetzt geht es wieder ab. Artman denkt auch, der kann mir was anhaben. Ey, yo, Mann. Yo, seid ihr seriös? Äh, wie meinen Sie das? Haben Sie Munition oder Waffen zum Verkaufen? Nee, 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 haben Sie nicht. Nichts zum Verkaufen? Auch keine Munition? Nein, wirklich nicht. Was seid ihr? Ich dachte, ihr seid Gangster. Nein, wir wollten uns gerade umziehen. Okay, dann wegen Götter das Auto. Kann ich das haben? Gib mir das Auto. Gib mir das Auto. Sofort ausschließen. Schließ auf. Lies auf. Oh, mein Gott, Bro. Hä? Hell, Mann. What the fuck? Ey, du. Steig aus. Gib mir dein Auto. Gib mir dein Auto. Steig aus. Oh, mein Gott. Was sind das für Leute? Oh, mein Gott. Der Natske. Ich glaube, ihr müsst ein bisschen an einem RP arbeiten. Oh, Mann. Oh, Mann, Digga. Zwei Stunden später. Ich gehe mal wieder zum Klamottenladen, Digga. Ich will gucken, ob die sich wieder eingeloggt haben, die B***er. Ja, da sind die. Digga, Jungs. Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Ich kann eher so viele Follower haben auf Instagram. Und wir nicht. Alle in den ersten Linken der Beschreibung. Ey, jetzt, ich will mal gucken, wie viele Follower wir schaffen, wenn wirklich mal alle vom Video einfach mal in den ersten Linken der Beschreibung gehen und wirklich einfach mal auf Instagram folgen. Yo. Yo, gib mir das Auto. Gib mir das Auto. Ist es dein Auto? Ja, mein Auto. Jetzt ist es meins. Gib es mir her. Ich brauche ein Auto, Mann. Komm, ich frage dich. Komm, ich frage dich. Nein, ich will es haben. Schließ es auf, Mann. Oder willst du, dass ich einen Tod auf dem Gewissen habe? Schließ es auf. Ey. Ey, du, 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 was machst du? Was machst du? Ich schieße. No. Junge, Mann. Verpiss dich vor mir. Scheiß Atmen. Komm, Alter. Verdammte Scheiße. Hier ist ganz zufällig eine Fliege um mich rum. Der sieht nicht, wie der Typ mich hier umfahren will, aber will er mir in die Quere kommen. Guckt euch diese Lose an. Seit wann ist ein Polizist einfach hier im Knast? Da wird mal Zeit, dass ich jetzt ein paar Leute umbringe, Digga. Hab keinen Bock mehr, Digga. Ey, du, Ratsport. Alter, Mann. Mann, die abgeb... Hä? Wen? Mit wen? Mit wen? Mit schlägst du? Ja, mit schlägst du? Piss dich. Chill, chill, chill. Sorry, sorry. Pick nicht mit dem... Pick nicht mit dem Falschen, hä? Pick nicht mit dem Falschen, Mann. Ja, jalla, jalla, ja. Ja, pisst du euch. Boah, es ist so premium, hier eine Waffe zu haben. Loser, du. Jungs, wollt ihr eine Million Dollar gewinnen? Ja. Ihr müsst nur eine Frage beantworten. Was hat ein Arm und ein Bein? Ich habe drei Beine. Meine Katze. Wenn ihr es richtig habt, eine Million. Eine Katze. Was hat ein Arm und ein Bein? Mein Freund. Ein halbes Hähnchen. Keiner klappt mein Auto. Sorry, sorry. Verklag mich doch. Fahr selber weg. Siehst du mein Gesicht? Kein Selfie auf meiner Straße, okay? Kein Selfies auf meiner Straße, Mann. War aus Versehen, Bruder. Digga, ich fahre jetzt ein bisschen mit dem Auto schon rum. Und das Auto gefällt mir nicht. Nimm das Fahrrad. Nimm das Auto. Nimm das Auto, komm. Guck, jetzt ist er glücklich, weil er ein Auto hat. Digga, ich bin so ein Bastard. Nimm das zurück, den Stinkfinger. Nimm den Stinkfinger zurück. Nimm den Stinkfinger zurück. Oder es gibt Kugeln. Stinkfinger zurücknehmen. Nimm den Stinkfinger zurück. Zieh mal deinen Käppigen bitte aus. Zähm, sofort den Stinkfinger zurückziehen. Ja, okay, Digga, ich zieh zurück. Okay, gut. War das etwa wieder ein Stinkfinger? Nimm den Stinkfinger auf wieder vor ihm zurück. Warum? Weil. Das gehört sich nicht. Nimm ihn zurück. Ja, okay, ich nimm ihn zurück. Okay, gut. Was willst du? Wolltest du mich gerade runterschlagen? Wolltest du mich runterschlagen? Ja. Warum? Du wolltest mich runterschlagen. Ja. Warum? So, ja, dann nimm das Fahrrad hier. Oh, sorry, sorry. Sorry, aber dass du mich geschlagen hast, war ein Fehler, Mann. Keiner legt sich mit mir an. Digga, diese Leute sind echt krass. Die Menschen machen Probleme bei Sachen, wo es keine Probleme gibt, meiner Meinung nach. Stellt euch mal einen 16-jährigen Jungen im Irak vor oder so, der seine ganze Familie verloren hat, seit Jahren am Kämpfen ist um sein Leben und dann sieht er einen Typ mit pinken Haaren, der weint, weil er nicht nach seinem richtigen Pronomen benannt wurde. Kaputte Welt, in der wir leben. Aber ich bin ja da und wir machen hier geilen Content, deswegen folgen nicht vergessen. Wie oft habe ich das schon erwähnt heute, aber egal, folgt einfach. Ich bin ein ekelhafter Typ, ich bin ein ekelhafter Ausländer. Wenn ich euch zehnmal sage, folgt, dann irgendwann folgt ihr. Deswegen sage ich es jedes Mal aufs Neue, folgt.